Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in Capture One Pro 12. Heute zeige ich euch die Power der Luminanzmasken. Gleich nach dem Intro geht's los. So, also, mit Capture One Pro 12 ist eine neue Funktion hinzugekommen und das sind eben die Luminanzmasken. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das, wie ich das zum Beispiel für Dodge & Burn verwenden kann. Und dazu werde ich mal die Bilder hier ausblenden und nur das eine Bild hier verwenden. Die lösche ich jetzt mal kurz. Und ja, das ist ein Bild aus einem Studio-Aben, den ich kürzlich veranstaltet habe. Und wie mache ich jetzt hier das Dodge & Burn? Ich erstelle mir eine gefüllte Ebene. Ich blende das gleich so ein, dass ihr das gleich mitschauen könnt. Ich benenne sie in Dodge und habe hier jetzt das in Capture One Pro 12 den Button Luminanzbereich. Ich ziehe mir das hier jetzt da ins Bild und kann hier an den Reglern schon mal einstellen, wo diese Maske wirken soll. Man sieht hier zum Beispiel oben bei den Haaren, dass man hier schon einige Bereiche aus den Schatten nicht mehr dabei hat. Und auch bei den Highlights hat man einige Stellen, hier bei der Blume zum Beispiel, dass diese hier nicht mehr angewendet wird. Also alles, was rot ist, wird von der Maske verwendet und alles, was in Normalfarben ist, wird eben nicht mehr verwendet. Wir können hier genauso wie bei den Tonwertkorrekturen mit den Slidern einstellen, was wir in unserer Maske drinnen haben. Ich mache das jetzt da hier bei den Highlights zum Beispiel so, dass ich sie komplett gerade stelle, diese Anfasser hier und setze sie ein bisschen hinunter, weil ich möchte nicht komplette Highlights, die bei Bereich von 250 aufwärts sind, eben nicht noch mehr aufhellen, dass wir mal ausbrennen. Bestens setze ich sie noch ein bisschen retour und dasselbe mache ich, also nicht dasselbe, ich nehme die schwarzen Anfasser hier und ziehe ihn in einem Bereich, dass ich jetzt nur meine Highlights habe, die ich nachher aufhellen möchte. Dazu mache ich ein bisschen den unteren Slider, dass ich diese Kante ein bisschen mehr aussmove. Dann haben wir hier noch unten zwei Slider, das eine macht den Radius von unserer Maske. Ich setze das meistens immer so auf einen Bereich von 80 bis 100 hinauf und schaue mir dann an, was mit der Maske passiert. Sie lädt ein bisschen nach, verrechnet das nochmal und dann sieht man sofort, wie die Maske dann ausschauen würde. Und das wäre das Ganze ein bisschen smoother als vorher. Ich setze das nochmal ein bisschen zurück. Man sieht eben, dass die Kanten eher hart sind und das passt vor allem bei einer Haut nicht so wirklich und ich möchte es ein bisschen mehr smooth haben, das Ganze. Bei der Empfindlichkeit kann ich jetzt auch einstellen, wie stark die Maske jetzt dann auch angewendet wird. Dazu gehen wir es mal auf 0 und schauen sich das Ganze mal kurz an. Man sieht, dass hier ein bisschen mehr Bereiche maskiert sind. Ich gehe da ein bisschen wieder nach. So. Noch ein bisschen. Ja, ich wende die Maske jetzt damit so an. Und kann jetzt hier, wenn ich mit der Taste M das Ganze bestätige, jetzt kann ich hier meine Veränderungen vornehmen. Ich erhöhe da die Belichtung ganz dezent. 0,18. Wenn es zu viel ist, dann merkt man sofort, dass hier Bereiche der Haut ausbrennen würden. Daher wirklich nur ganz dezent anwenden. Es reicht auch in den meisten Fällen, wenn es so bei 0,2 ist, circa. Machen wir es so. 0,2. Und das Ganze mache ich jetzt auch in umgekehrter Folge eben für das Burn. Dazu blende ich meine Maske wieder ein. Gehe in den Luminanzbereich. Und schauen wir das Ganze wieder an. Ich mache das jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Ich stelle mir meine Slider hier. So auf 10, circa. Und jetzt gehe ich mit der Maske bei den Highlights so weit runter, dass ich wirklich nur die eher dünkleren Bereiche habe. Und jetzt move ich die ganze Maske ein bisschen aus. Jetzt kann ich da oben bei den Augen noch ein bisschen runtergehen. So, dann die ganze Maske nochmal beim Radius ausmuchen. Und wir haben eine Maske eben für das Burn. Die wende ich jetzt auch wieder an. Und hier kann ich ein bisschen das Ganze abdunkeln. Auch dezent. Braucht man nicht zu stark runtergehen. Und man kann das sich eben auch dementsprechend anfangen. So, zu den Masken jetzt hier. Man sieht hier zusätzlich dieses Sonnensymbol hier. Das heißt eben, dass das Luminanzmasken sind. Und man kann eben, solange man hier eben arbeitet. Nehmen wir mal die Dodge Maske. Ich kann jetzt hier einfach mit meinem Pinsel, kann ich jetzt hier ein paar Bereiche rausnehmen. Und die betreffen jetzt wirklich nur meine Luminanz. Also die bleiben in diesem Bereich, die ich eingestellt habe. Jetzt nehme ich das Ganze wieder auf Retour. Und man sieht, man hat jetzt da wirklich nur diese Dodge Maske. Wir haben jetzt dann noch einen Bereich, den nennt man hier Maske Rastern. Wenn ich das mache, dann ist das keine Luminanzmaske mehr. Und das ist eine normale Maske. Jetzt kann ich hier wieder ganz normal drüber maskieren, wie ich möchte. Aber das würde jetzt den Sinn von der Luminanzmaske eben zerstören. Also es ist nur eben, falls ich nachher bei der Haut noch was machen möchte, einfach zurück, bis man dieses Luminanzsymbol hat. Und man kann wieder arbeiten. Ich gebe die Ebene jetzt wieder rein. Und jetzt kommt das ganz Coole. Man kann, wenn man die weiteren Bilder jetzt dann noch hinzufügt, also aus einer Serie zum Beispiel ist das ganz cool. Man kann jetzt hier einfach mit diesem Kopieren und Zuweisen-Symbol kann man einfach diese Ebenen zuweisen, wendet das Ganze an. Und es dauert ein bisschen, bis das Ganze verrechnet wird. Aber es funktioniert nachher. Ja, dieses Wartesymbol. Und man sieht jetzt hier, man hat eben überall den selben Luminanzbereich, die selben Veränderungen, die man gemacht hat. Dazu klicke ich jetzt einfach hier. Und man schaut jetzt hier. Man hat jetzt hier auch wieder einfach nur den Schattenbereich in der Maske drin. Und auch hier genauso. Und man sieht auch in der Belichtungswerkzeug, dass man hier die selben Veränderungen auch mit einbezogen hat. Ich finde das insgesamt sehr cool. Man kann eben schnell seine Veränderungen machen. Was man auch zusätzlich mit diesen Luminanzmasken machen kann, das ist eben nicht nur das globale Dodge & Burn. Man könnte auch zum Beispiel bei einer Outdoor-Aufnahme Highlights aus dem Himmel zurückholen, die etwas ausgebrannt sind und so weiter. Und solange man diese Ebenen nicht rastet, kann man sehr viel machen. Man kann es auf mehrere Bilder übertragen. Und insgesamt sehr cool, was der Face One implementiert hat. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch auf das Video, abonniert den Kanal und eine kleine Info am Rande. Wenn ihr überlegt, Capture One zu kaufen, dann gibt es nach wie vor noch diesen Code von mir. Den blende ich jetzt hier ein. Aber eine Info dazu, der ist nur bis 31.12. nur noch gültig. Face One hat da ein bisschen mit den Affiliates andere Ziele. Es funktioniert dann auch nur mehr über Kampagnen beziehungsweise über Links, die dann wir zur Verfügung gestellt bekommen. Und der Code funktioniert dann nachher nicht mehr. Also wenn ihr Capture One noch für die minus 10% haben wollt und Capture One verwenden wollt, dann verwende diesen Code bis 31.12. halb der Zeit und danach müsst ihr eben warten, bis irgendwelche Kampagnen gestartet werden. Ob es jünglich ist, dass Face One das so macht, seid ihr dahingestellt. Und ja, man wird sehen, was kommt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.